Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen Tag, AppRevue News wieder am Start und zwar mit der nächsten Review, der nächsten Vorstellung und zwar geht es diesmal wieder um ein kleines Basic Tool, sag ich mal, was man so im Alltag braucht, wenn man mit Kamera oder Smartphone fotografieren oder Videos aufnehmen möchte und da habe ich es auch direkt schon mal vor uns. Es ist nicht ganz groß dieses Mal, dieses Mal haben wir das UFO Basic hier direkt, also nicht irgendein UFO, sondern so eine Art Kamerastativ und ich sag mal so Schrägstrich Gorillapod, aber wie gesagt in einfach ausgeführt und sogar für unter 20 Euro und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die Dinger wirklich liebe. Das muss ich wirklich an der Stelle so sagen, weil es wirklich nichts besseres gibt, außer ein Smartphone dementsprechend, was natürlich irgendwo befestigt werden kann, sprich am Baum, an der Türklinke oder irgendwo an sonstigen irgendwelchen Hindernissen. Professionell an der Stelle gleich mal geöffnet, hier mit dem Rotstift, wie man gesehen hat, weil ich gerade nur vergessen habe, weil der Klebestreifen oben drauf ist, bräuchte es ja mal ein Messer oder irgendwie etwas, um das Ganze dann hervorzuheben. So, da ist es dann auch schon gut verpackt angekommen. Ich hatte jetzt schon das ein oder andere, sag ich mal, nachgemachte Gorillapod Gerät. Jetzt ist dieses Gerät hier dran, das UFO Basic, soll an der Stelle jetzt besonders flexibel hier unten dran sein. Das werden wir uns gleich nochmal direkt anschauen. Vorher haben wir jetzt hier natürlich erstmal nochmal, ja wie immer, halt eine Garantiekarte und beziehungsweise ist es überhaupt eine Garantiekarte. Auf jeden Fall wird uns hier nochmal direkt empfohlen, was wir denn da noch für Produkte an der Stelle erwerben können. Was ist denn das hier, eine Saatmaschine? Sehe ich das jetzt richtig oder was? Gut, wir sind jetzt hier bei dem Stativ auf jeden Fall erstmal angekommen, für die Actionkamera, für die Kamera oder für das Smartphone an der Stelle. Da gibt es auch noch eine erweiterte Form und zwar ist es dann das UVO 2. Ich habe jetzt hier das UVO Basic, weil es einfach, ich glaube, 16,99 gekostet hat und das war einfach nur extrem günstig. Und dementsprechend gucken wir uns das Ganze mal an. Das Gute hieran ist erstmal an der einen Seite, wir haben natürlich ganz wichtig oben den ganz normalen Stativanschluss. Das heißt, wenn wir jetzt hier mal einmal den ersten Blick drauf werfen, Stativanschluss ist also für alles Mögliche zum Beispiel nutzbar, sei es jetzt auf der einen Seite eine ganz normale kleine Kamera, sprich so eine kleine Digicam, ja, da können wir auf jeden Fall alles mit anschließen. Oder wie gesagt, die meisten Actionkameras haben sowas an der unteren Seite auch, beziehungsweise gibt es natürlich genug Adapterplatten, wenn man eine GoPro oder eine andere China Cam benutzt, dass man das dann dementsprechend auch befestigen kann. So, hier ist noch irgendwas gerade drin, das müssen wir dann erstmal auspacken. Das Ding daran ist, ich wusste jetzt nicht so richtig, hier habe ich jetzt nochmal eine Art Klemme, die werden wir uns gleich nochmal im Detail anschauen, weil wie gesagt, ansonsten sagt mir das Gerät jetzt hier nichts aus. Ich habe hier Gott sei Dank noch die Klemme da, wo man die Smartphones dann rein befestigt. Hier, das ist also doch die Smartphone-Klemme, das hatte ich doch gelesen in der Beschreibung, ich war mir jetzt bloß nicht so sicher. Ja, ich dachte, wir haben jetzt hier eine Klemme, die man auseinander zieht, aber das funktioniert anscheinend dann doch anders. Und zwar, indem ich das Ganze dann, ach so, das Smartphone sozusagen hochkant befestige. Ich habe jetzt hier mal meinen Dummy an der Stelle, der muss jetzt mal herhalten, das ist jetzt überhaupt gar nicht vorbereitet. Ach, so funktioniert das, also du drückst in den Touch-Display, oh, das ist nicht gut hier fürs Glas, das ist gar nicht gut. Aber ist egal, auf jeden Fall wird es so funktionieren, dann kann ich hier mit diesem Gummipad, welches hier vorne dran ist, ganz sanftmütig auf das Touch-Display drauf gehen. Kann dann hier unten sozusagen das Ganze befestigen und habe dann also die Möglichkeit, ach so, das ist ja gar nicht so schlecht, habe ich so auch noch nicht gesehen. Wir können nochmal das nächste Smartphone holen, was noch nicht kaputt ist. So, ah, dann drückst du das da rein und dann hält das dementsprechend auch und dann kannst du dein Smartphone sozusagen wie eine Art Selfie-Stick, natürlich nicht zum Ausfahren, so dran befestigen. Ist ja eine coole Sache, habe ich so auch noch nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich benutze immer so diese anderen Klemmen, die ich jetzt zum Beispiel auch gerade am Stativ dran habe, wo man das halt hier hinten so packt, das Smartphone. Ich habe doch noch eine zweite Klemme hier irgendwo rumfliegen, allerdings jetzt nicht gerade griffbereit. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz hier rein, was jetzt hier eigentlich die Möglichkeit noch ist. Hier können wir irgendwas hin und her drehen. Ach so, hier können wir nochmal die unterschiedlichen Schraubengrößen festmachen und zwar einmal reingedreht und einmal rausgedreht. Das ist ja interessant, ob das jetzt relevant ist, weiß ich jetzt persönlich nicht. Aber Fakt ist, das Stativ ist schon mal ganz stabil und zwar kann ich das Ganze jetzt hier so auseinanderziehen und womit lässt es sich am besten testen, außer mit einer Kamera. Selbstverständlich mit einem kleinen Mini-Beamer an der Stelle, der jetzt hier an der untersten Stelle natürlich auch ein Stativgewinde hat und dementsprechend brauchen wir den da bloß noch draufstellen. Mir ist nämlich das allererste Mal im Urlaub aufgefallen, dass ich tatsächlich zu wenig Stative habe. Wobei ich jetzt eigentlich sagen muss, dass ich nicht zu wenig habe, aber es ist einfach so. Also, wenn ihr das Gerät irgendwann mal auf so einem Stativ draufbleiben sollte, dann fehlt es hier zum Beispiel. Ich habe zum Beispiel im Urlaub ein wirklich Mini-Stativ mitgehabt, das war so groß. Das musste ich dann immer abschrauben und wechseln zwischen Beamer und Smartphone, beziehungsweise natürlich zwischen der Kamera im Smartphone, weil ja das eigentlich da integriert ist. Ich will ja Quatsch, was ich hier erzähle, aber gut. Und da habe ich festgestellt, um das halt nicht tausendmal im Jahr hin und her zu schrauben zu müssen, kommt noch so ein kleines zusätzliches Stativ und da sollte es irgendwas sein, was knickbar ist. Und am besten ohne Gelenke, denn hier haben wir ein komplettes, ich sage mal so, ja, so soft Moosgummi ist das da, will ich mal behaupten, ringsherum. Schöne, stabile Füße. Und innen drin haben wir halt einen Draht, also einen ziemlich stabilen Draht. Man sieht das hier, das lässt sich nicht ganz so einfach biegen. Dann kann ich hier meinen Beamer auf abgefahrene Art und Weise, achso, stimmt, das kann ich auch noch einstellen. Gut, dass ich das jetzt mal gesehen habe. Kann ich den hier sozusagen zum Stormtrooper machen, beziehungsweise zu den Stridern von Half-Life 2. Auch mal sehr interessant. Hoffentlich greift er mir nicht irgendwann mal die Schlafzimmerbevölkerung an. Ach, gucke mal, das kannte ich jetzt hier so auch noch nicht. Ich kann das mit jedem Bein einzeln machen. Hier kann ich also nichts drücken. Das heißt, genau, zum Zusammenklappen, sieht ein bisschen doof aus, als wenn er gerade mal auf Toilette muss oder dergleichen, ja. Ansonsten kann ich die hier auseinanderklappen und die haken sich dann richtig fest ein. Und ich kann das Ganze so nicht programmieren, aber ich sag mal effektiv ausrichten, wie ich natürlich idealerweise mein kleines Gerät anwenden möchte. Das Schöne daran ist natürlich auch, ich habe das ja auch schon in der Amazon-Beschreibung gesehen, ich kann das zum Beispiel einfach ganz fest um meine Hand rumklemmen. Das ergibt zwar auch gar keinen Sinn. Und auch wieder zurück. Das Gute daran ist, dass das Gummi hieran nicht reißt irgendwo. Ich hoffe, dass das auch in ein paar Monaten noch so der Fall ist. Ansonsten Amazon-Garantie ist da. Aber ich denke mal, das dürfte eigentlich keinerlei Probleme damit geben. Ja, in erster Linie, wie gesagt, habe ich mir das dafür ausgesucht, damit der Mini-Beamer noch mal ein vernünftiges Stativ hat. Höchstwahrscheinlich, wie ich mich kenne, wird es so sein, dass es nicht so bleiben wird, dass der Mini-Beamer da tatsächlich drauf Platz findet, weil dann wird er wieder auf ein anderes Kamerastativ umziehen müssen. Und dann wird dieses Gerät anscheinend hier vielleicht mal unterschiedliche Art und Weisen benutzt werden können. Und zwar einmal jetzt hier, sprich mit der Action-Kamera. Die schrauben wir da auch wieder ruckzuck drauf. Und wenn wir die Action-Kamera natürlich da ruckzuck draufgeschraubt haben, können wir da auch schöne Timelapse-Aufnahmen mitmachen. Das geht natürlich mit dem Smartphone umso besser. Das ist uns jedem klar. Sieht aber ganz lustig aus. Im Übrigen, wie gesagt, da ja keine Technik hier drin verbaut ist, sollte man natürlich für Unterwasseraufnahmen eine wasserfeste Kamera verwenden. Die ist jetzt hier natürlich nicht wasserfest oder wasserdicht, weil das Mikrofon oben rausguckt an der Stelle. Aber ich finde es auf jeden Fall schon mal eine ziemlich coole Umsetzung. Also es ist wirklich gelungen, muss ich sagen. Gefällt mir echt sehr gut. Auch die Strukturierung hier sieht man daran schon mal. Wenn ich mir das jetzt um den Finger wickeln würde. Oh, da komme ich gar nicht mehr raus. Guck mal, also es lässt sich akkurat in alle Richtungen aufdrehen. Und da geht nichts kaputt. Ich habe so ein Gelenk. Sieht auch geil aus. Das ist dann sozusagen Tarantula Quaqua. Oder wie auch immer wir das Ganze hier nennen können. Das ist schon abstrakte Kunst eigentlich. So ein bisschen Van Gogh. Beziehungsweise, naja, hoffentlich schneide ich mir nicht das Ohr ab kunstmäßig. Fetzt auf jeden Fall. Egal wie, das Ganze ist ziemlich stabil. Es hält bis zu 1200 Gramm aus. Wiegt selber 215 Gramm. Hier haben wir es nochmal mit den Daten und Abmessungen. Ich kann es um Äste drum schwingen, um Türklinken und so weiter und so fort. Und da bin ich eigentlich wirklich sehr begeistert. Es lässt sich universal einsetzen. Das Schöne daran ist jetzt noch, dass wir die Smartphone-Klemme gleich inklusive haben. Auch wenn ich die so noch nicht gesehen habe. Wir können das Ganze ja auch hochkant probieren. Ist also auch gar kein Problem. Das Schöne daran ist ja, ich kann das ja hier dank des flexiblen Einstellwinkels alles einstellen. So, ziemlich genial. Kippt auch nicht um. Natürlich muss ich es vorher ein bisschen ausrichten. Das ist schon mal ganz wichtig. Ansonsten wäre das ziemlich blöd. Wo könnte ich das denn zum Beispiel nochmal dran kleben? Ich kann es zum Beispiel in erster Stelle schon mal hier dran kleben. Ob es jetzt irgendein Stuhl ist, ist ja relativ uninteressant. Aber es funktioniert definitiv. Lustigerweise kann ich es auch von der Seite hier ran biegen. Und das Schöne daran ist, man sieht es schon direkt, es hängt einfach mal in der Luft. Also es hat wirklich so viel Kraft. Ich kann es mit aller Leibeshärte da drum kneten. Das Interessante daran ist, das Gummi, man sieht jetzt ein bisschen, als wenn sich die Feuchtigkeit rauszieht, ist von Schwarz ein bisschen zu Grau gewechselt. Aber das steht jetzt für Flexibilität. So als kleine Überraschung noch nebenbei, ist es auch dafür gedacht, wenn man gerne Selfies schießt, dann kann man sich das Ganze natürlich irgendwie um den Arm tapen. Und das Ding funktioniert als kleiner Hashtag Spaß ziemlich gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich gar nicht gedacht. Das kreilt sich richtig fest, zieht dir fast die Haut vom Knochen. Weiterhin richtet es sich auch noch an alle Guppis oder Toiletten-Tieftaucher, die natürlich dementsprechend seine Action-Cam da vorne dran schnallen können. Und ohne Witz, das würde sogar ganz gut funktionieren, wenn man denn wirklich versucht, mit dem einen Arm nicht zu schwimmen und das Risiko eingeht, zu ersaufen. Ansonsten kann man wirklich so seine Kamera tatsächlich befestigen, vorausgesetzt, sie ist natürlich an dem Punkt waterdicht. Selbstverständlich ist es auch möglich, einfach nur ganz normal eine Kamera draufzuschnallen und dementsprechend Fotos damit zu machen. Ihr habt ja eben gesehen, es sind unterschiedliche Winkel- und Einstellmöglichkeiten mit vorhanden, die wir damit wählen können. Ich muss sagen, es ist wirklich schön stabil. Dadurch, dass es auch schön einrastet dabei, brauchen wir noch keine Angst haben, dass es jetzt sehr kurzlebig ist. Und für den Preis von gerade mal 16,99 Euro ist das, denke ich mal, ganz akzeptabel. Ja, an der Stelle gucken wir noch mal ganz kurz hier direkt rein, wie das denn jetzt hier so aussieht. Wir haben jetzt hier also den GorillaPod-Stativ oder Mini-Stativ für verschiedene Geräte. Ich habe jetzt das Mögliche, was damit funktioniert, schon ausprobiert. Das Entknoten und Verknoten habe ich mir jetzt an der Stelle gespart. Dafür könnt ihr euch das Ganze noch mal in der Infobeschreibung anschauen. Das werde ich euch noch mal unten im Video verlinken, beziehungsweise in der Videobeschreibung. Das finde ich auch ziemlich interessant als Navigationssystem fürs Rad. Das heißt, einfach ein paar Mal drumknoten. Schreit auf jeden Fall mal danach, dass man das am Moped bzw. Schrägstrich am Fahrrad oder vielleicht Autolenkrad, nein, Hashtag illegal, einfach mal ausprobiert. Hier, wie gesagt, gibt es die Version, die für 16,99 habe ich bestellt. Dann gibt es halt anscheinend noch mal andere Versionen. Hier gibt es dann noch mal diese Klemmen. Diese Klemmen meinte ich an der Stelle. Die gibt es aber günstiger ansonsten nachzukaufen und vielleicht hat der ein oder andere sowas sowieso schon. Ja, was soll man dann großartig zu sagen? Es gibt auf jeden Fall unterschiedliche Stative dieser Preisklasse und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das ist jetzt hier das UFO 2. Das kann halt ein bisschen mehr Gesamtgewicht ab. Für mich reicht jetzt an der Stelle erstmal das für 16,99, da ich jetzt keine Spiegelreflexkamera besitze, die jetzt unnötig schwer ist. Und wie gesagt, ein kleiner Mini-Beamer trägt das Gerät allemal noch und der wiegt überhaupt nicht viel. Finde ich auf jeden Fall sehr gelungen, das Ding und wird mir auf jeden Fall in Zukunft viel Freude bereiten. Cool ist es auf jeden Fall damit, die Hauptsache ist natürlich, dass es wie gesagt nicht zum Strider oder Stormtrooper marschiert, sonst hätte ich in Zukunft ein paar Probleme. Aber wie gesagt, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich habe euch das Ding mal in der Infobeschreibung vom Video verlinkt. Wem das Video gefallen hat, kann es gerne liken, teilen oder auch gar nichts tun. Und wir sehen uns wie immer bei dem nächsten Video. Bis dann, auf Wiederschauen.